Hier ist in Dubio die Stimme der Vernunft am Donnerstag, dem 9. September 2021. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich und ich spreche mit dem Historiker Peter Höres, Professor für Neueste Geschichte an der Julius Maximilians Universität Würzburg über die Lage an der wissenschaftlichen Front. Ich sage das bewusst so kriegerisch, weil wir uns tatsächlich in einem kulturellen Bürgerkrieg befinden, wie Norbert Bolz das einmal formuliert hat. Und da gibt es eben nur noch Freund oder Feind, da wird man einsortiert. Und ein Beispiel ist ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom Anfang dieses Jahres, Herr Höres. Da habe ich gefunden, da ging es um eine Kommission. Da ist von Ihnen die Rede von einem Würzburger Geschichtsprofessor, der in dieser Kommission sitzt und jetzt wörtlich, der in die Nähe zur neuen Rechten gerückt wird. Also dieses gerückt wird ist schon sozusagen der Beweis des Vorwurfs. Erstmal guten Tag, Herr Höres. Ja, schönen guten Tag. Ja, also zu diesem Artikel ist zu sagen, das Ganze basiert eigentlich auf einer Denunziation eines Studenten, den ich gar nicht persönlich kenne auch, der aber Stadtrat im Würzburg ist, Konstantin Mack von den Grünen. Und der hat das in die Welt gesetzt und auch so schwurbelig und so unpräzise in der Nähe der neuen Rechten. Wie viele Kilometer muss man da Abstand halten? Diese ganze Denunziation basiert auch nur auf zwei Vorträgen von mir bei der Bibliothek des Konservatismus. Zwei von Hunderten von mir. Diesen Vortrag würde ich auch jederzeit wiederhalten. Das waren zwei sehr schöne Abende auf hohem Niveau mit einem sehr diversen Publikum, wie man das heute sagen müsste. Naja, und das hat er aufgegriffen und dann in einer Stadtratssitzung, in einer Ausschusssitzung gesagt, dieser Herr Mack, ohne natürlich jeweils mit mir gesprochen zu haben. Und die Süddeutsche hat es da übernommen, ohne ebenfalls auch nur einmal mit mir gesprochen zu haben. Also, Audiatur et altra pass gilt nicht. Und das ist eben so eine Art Feindmarkierung, die allerdings auch so unkonkret ist und so schwurbelig, dass man das über jeden behaupten könnte, der ist in der Nähe von irgendein anderns. Also, Kontaktschuld at it worst. Und das kann man vielleicht mit der jugendlichen Unbekümmertheit dieses Studenten der Ethnologie hier auch noch an derselben Fakultät, an der ich lehre, begründen. Aber es teugt ja halt schon auch von einer gewissen Bosartigkeit. Und ich weiß nicht, wer solche Leute wählt oder dann auch unterstützt. Das ist eben das Gegenteil von einer liberalen, aufgeklärten Gesellschaft und Universität, was wir hier haben. Sie ja eintreten, da kommen wir jetzt gleich dazu, für diese liberale Gesellschaft, für die Sie kämpfen und eintreten. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen genauer darüber sprechen, was Sie da vorhaben. Aber zunächst mal, wir wissen ja, wie das mit der Kontaktschuld funktioniert, mit dem falschen Mann oder der falschen Frau zu Mittag gegessen, den falschen Ort für einen Vortrag akzeptiert zu haben. Und schon sind Sie markiert, wie Sie gesagt haben. Das ist ja jetzt alles nichts sehr Neues. Und zunächst mal würde ich gerne über die Historikerzunft als solche sprechen und zurückblenden in das Jahr 2018. Da gab es ja einen berühmten Historikertag in Münster, war es, glaube ich. Und waren Sie dort übrigens damals? Ja, ja, ich war dabei. Also können Sie sich ja gut erinnern. Sie waren einer von diesen 3.700 Teilnehmern. Das sind ja immer gigantische Veranstaltungen mit 100 Einzelpunkten und so weiter und Hunderten von Referenten. Und dort wurde also eine Resolution gefasst, die ja im Grunde gegen eine im Bundestag vertretene politische Partei gerichtet war, die AfD. Da wurde explizit gefordert, dass zum Beispiel AfD-Kultusminister verhindert werden müssen. Also, dass die CDU auf keinen Fall mit der AfD da gemeinsame Sachen war. Und das wurde also von hochmögenden Vertretern dazu getragen, zum Beispiel dem Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. Der fand, wir seien jetzt in einer Zeit angekommen, in der es wichtig ist, dass wir uns auch normativ äußern. Ja, bis jetzt war das ja noch nicht so die Aufgabe der Historiker, sich normativ zu äußern, oder? Ja, also ich meine, man kann ja diese Positionen vertreten. Der Punkt ist tatsächlich, dass man hier eine Autorität und Expertise als Wissenschaftler in Anspruch nimmt, die nicht dafür steht. Also seit Max Weber spätestens wissen wir ja nun, dass wir aus der Wissenschaft selbst keine normativen Urteile ableiten können. Wir können nur über ihre Voraussetzungen aufklären, also wie in dem Fall auch. Und das besonders Zynische war eigentlich an dieser Veranstaltung, dass man hier mit 99 Prozent der Anwesenden also Gratismut demonstriert hat. Und das auch noch wenige Tage nach den Vorfällen in Chemnitz, wo ja unterm Strich steht, dass erneut ein deutscher Staatsbürger umgebracht wurde von einem Zuwanderer, wie man das heute ausdrückt. Und das nahm man dann zum Anlass für diese Resolution, in der tatsächlich dann solche Irrsinnssätze stehen, wie dass Migration die beteiligten Gesellschaften insgesamt bereichert. Also ohne irgendeine Einschränkung, auch zeitlicher oder räumlicher Art. Das ist einfach eine Pauschalaussage, die natürlich grotesk ist für einen Wissenschaftler. Und das wurde dann auch bejubelt und als Widerstandsakt verkauft. Also es war eine moralische Bankrotterklärung, wie überhaupt diese ganze Amtszeit der jetzigen Vorsitzenden Frau Eva Schlothäuber eine Bankrotterklärung moralischer Art war in der Verbandsführung. Und ich muss sagen, auf dieser Tagung, also bei diesem Historikertag, haben sich neben mir nur wenige kritisch zu Wort gemeldet. Im Nachgang dann schon mehr Leute, haben ja auch viele geschrieben. Aber es war schon ein Trauerspiel, was da aufgeführt wurde. Zu diesen anderen Kollegen gehörten zum Beispiel Jörg Barbarowski und Andreas Rödder und ich glaube Michael Wolfson auch. Ja, wobei alle drei Kollegen nicht anwesend waren. Auch das hat übrigens Gründe, dass immer weniger prominente Historiker zu diesen Historikertagen gehen, weil das eigentlich eine Organisation der versammelten Irrelevanz darstellt. Also abseitige, nicht relevante Themen, spezialistische Nichtfragen werden da behandelt. Also der Historikertag hat stark an Relevanz verloren. Das können Sie auch nachvollziehen, wenn Sie mal die Medienberichterstattung sehen, die eigentlich wenig, außer jetzt diese politische Streitfrage, aber sonst wenig ergiebig ist, was die inhaltlichen Diskussionen auf dem Historikertag betrifft. Also Sie haben sich ja auch mal beklagt, es gehört ja wahrscheinlich zu den Fragen der Relevanz, dass da jetzt ganz besonders viel Frauenforschung mit berücksichtigt werden solle. Und Norbert Frey, immerhin ein renommierter Kollege, insofern stimmt es vielleicht nicht ganz, mit der Irrelevanz dieser Veranstaltungen, hat ihn ja dann geantwortet. Also das sei ja doch selbstverständlich, dass man sich jetzt mit Frauenfragen zu beschäftigen habe. Also mit Frauenfragen oder Frauengeschichte hat man sich auch schon lange vor Gender beschäftigt. Also das ist jetzt nicht so, als sei das irgendwas der letzten Jahre. Das ist auch, Frauengeschichte steht auch im krassen Widerspruch zu Gender Studies. Das ist oft ein Missverhältnis oder Missverständnis. Also Gender ist ja der Ansatz, dass es keine Geschlechter gibt, per se, nicht biologisch, im Anschluss als Butler, sondern dass Geschlechter eben konstruiert werden und jeweils ganz kontingent kulturell geformt werden und dadurch überhaupt erst entstehen. Und es gibt auch nicht zwei Geschlechter. Während klassische Frauengeschichte ist eben, betrachtet man eben eine spezifische Personengruppe und dem Wandel der Normen und Verhaltensweisen. Das sind also zwei paar unterschiedliche Schuhe. Worauf ich jetzt angespielt habe, war, dass man bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also der größten Organisation, die Forschungsförderung betreibt in Deutschland, standardmäßig ankreuzen muss und begründen muss, ob man genderrelevante Themen behandelt. Und das halte ich schon für schwierig hier, also das so zu privilegieren, diesen einen Ansatz, dass bei jedem Antrag, egal ob sie einen Antrag zur internationalen Beziehung, im Kalten Krieg stellen oder zur Ära Adenauer, obwohl das eher unwahrscheinlich ist, dass solche Anträge noch gestellt werden, also dass man jedes Mal ankreuzen muss, ob das genderrelevant ist. Und das halte ich für eine starke Lenkung und Bevormundung der Scientific Community. Das war es, worauf ich angespielt habe. Und ich glaube, Norbert Frey hat das dann auch extra etwas missverstanden. Denn die Problematik wurde jetzt auch schon von vielen Kollegen ins Feld geführt. Ja, und es spiegelt sich darin auch wieder dieser kulturelle Bürgerkrieg. Den kann man gar nicht mit links oder rechts etikettieren. Also man kann schon, wenn man will. Und dann ist eben der eher linksdrehende Norbert Frey, der dafür ein Interviewabonnement beim Deutschlandfunk hat, derjenige, der sie dann öffentlich abwatschen darf. Ja, also links und rechts sind jetzt schon schwierig zu benennen, weil links hieß ja traditionell, hieße das ja ein Einsatz für die Unterprivilegierten, für die Arbeiterklasse im klassischen Sinne oder für die Interessen der Arbeiter und des Präkariat sozusagen, der schlechter Gestellten, der Gehandicapten. Und diese Parteiergreifung sehe ich eigentlich bei dem, was heute so unter links läuft oder linksliberal größtenteils nicht. Sondern das ist eben eher dieser Gegensatz von Guthard, also die Anywheres und Somewheres, also die eine globale Elite, die sich für ihre Schicht, eigentlich eher die Bourgeoisie, interessiert und deren Vorurteile und die nicht mehr für das klassische Klientel der sozial Schwachen, wie man das früher genannt hat. Insofern ist das jetzt immer schwierig, überhaupt mit den Begriffen, auch linksliberal finde ich sehr schwierig, weil das hieße ja, dass man liberal ist. Die Linksliberalen in ihrer Mehrheit sind aber nicht liberal, sondern äußerst intolerant. Insofern müssten wir dann nach neuen Begriffen eigentlich suchen und diese prägen, denn die klassischen sind nicht mehr gut einsetzbar in unserer heutigen Lage. Ja, es hat sich ja in der Tat alles umgekehrt. Also links war ja auch mal wirklich Herrschaftskritik, während man also gerade auf der Seite nichts anderes hört als Oppositionskritik mittlerweile. Und ja, damit verbunden natürlich Herrschaftsakklamation oder Macht, Regierungssicherung, wie immer man es ausdrücken will. Ja, genau. Also es ist eigentlich ein Tritt nach unten jeweils, ein Tritt auf die sowieso schon marginalisierten. Und das widerspricht natürlich dem klassischen Selbstverständnis. Ich meine, ich habe neulich mal auf Twitter mitgeteilt, es ist ja schon interessant, wenn man jetzt mal nur als Beispiel mal eine Punkrock-Band wie die Toten Hosen sich anschaut, die ja Anfang der 80er angetreten waren, genau mit dem, was sie eben sagten, also eben gegen die Herrschenden, gegen die da oben, gegen die bürgerliche Gesellschaft auszuteilen und die jetzt zu 100 Prozent in den letzten beiden Dekaden eins zu eins den Mainstream repräsentieren, in allen Fragen, egal wie man dazu stehen mag. Aber das ist doch sehr erstaunlich. Und das ist übrigens dem großen Idol, dem Frontmann der Sexpistols jetzt auch aufgefallen, dem Johnny Rotten, der das auch gesagt hat, das hat sich komplett umgedreht. Also wenn man noch einen Rest verstanden hat, fällt einem das auch auf. Aber nicht alle scheinen den zu haben. Da höre ich ein bisschen den Kulturhistoriker-Höres darin. Also das sind ja auch Beispiele, die Sie da jetzt bringen, die nicht jedem einfallen würden. Wie sind Sie denn so geistig aufgestellt, dass Sie sich besonders für Kultur interessieren? Naja, ich meine, das ist etwas, was uns von Anfang an prägt, umgibt auch. Kultur hat auch immer eine politische Komponente. Und wir können jetzt erstmal wertfrei natürlich schon konstatieren, dass sich ein ganz starker kultureller Wandel in den letzten Dekaden vollzogen hat. Wenn man das erstmal ohne Bewertung sieht, also vergleichen Sie mal alleine die Geschichte der Bundesrepublik und die Einstellungen zu Themen wie Sexualität etwa oder auch zu Gastarbeitern, Zuwanderern. Jetzt nur mal um zwei Beispiele zu nennen. Da hat sich schon ein fundamentaler Wandel vollzogen, der sich in den letzten Jahren noch verschärft hat. Also vor der sozialliberalen Koalition 1969 war ja Ehebruch noch strafbar, man muss bei der Geldstrafe zahlen. Auch wenn das sozusagen in der Praxis wenig Resonanz gefunden hat mehr. Und natürlich war, wir wissen es ja noch, waren auch homosexuelle Handlungen zwischen Männern noch strafbar. Und heutzutage ist sozusagen der größte gesellschaftliche Skandal, wenn jemand sich verspricht, was die Gruppe der Homosexuellen betrifft. Also das möchte ich nur mal erstmal konstatieren. Ein Fall wie Kießling damals, ein Bundeswehrgeneral, der zurücktreten musste 1984, wegen des Vorwurfs der Homosexualität, wäre ja heute überhaupt nicht mehr denkbar. Umgekehrt, derjenige, der so einen Vorwurf erheben würde, müsste zurücktreten. Und das möchte ich jetzt erstmal aber nur konstatieren. Also hier verändert sich dramatisch etwas. Auch etwa in der Einstellung zur Religion und so weiter. Und diesen kulturellen Wandel zu beobachten, ist quasi in Echtzeit jetzt zu beobachten. In kürzester Zeit. Wandel gab es ja immer natürlich. Aber die Beschleunigung ist eben jetzt das Merkmal. Also wenn Sie Wandel im Mittelalter beobachten, dann haben Sie größere Zeiträume, möglicherweise Jahrhunderte eben, wo sich was tut. Das hängt natürlich auch mit der Quellenlage zusammen. Heute haben wir eben einen ganz, ganz rasanten und beschleunigten Wandel. Und insofern hat man als Zeithistoriker viel Material. Und auch einen spannenden Stoff, weil es hier doch um sehr radikale Wandlungsprozesse geht. Ich komme zum Schluss nochmal auf Wandel zurück, weil wir uns jetzt gerade in einem gesellschaftlichen Großprozess finden. Sie ahnen, worauf ich hinaus will, was im Augenblick stattfindet. Da würde es mich von Ihnen interessieren zu erfahren, ob es historische Vergleiche gibt und vor allem auch vielleicht historische Modelle für Auswege aus dieser, wie mir scheint, sehr verfahrenen Situation. Aber stellen wir das einen kleinen Augenblick zurück. Sie haben sich ja für die Estet sicherlich, vielleicht für Herrn Frey auch, unmöglich gemacht, indem Sie sich für freie Debattenräume eingesetzt haben. Es gab so einen Appell vor einem Jahr. Den haben Sie, glaube ich, mit unterschrieben. Ein Appell für freie Debattenräume, der ja von vielen dann so als weinerlich diskreditiert wurde. Also es gibt doch freie Debatten. Es gibt ja sogar so einen Podcast wie der, in dem Sie gerade auftreten. Also was wollen die Leute eigentlich, ja? Was würden Sie denn sagen, wie ist die Lage wirklich? Und mit welchen Beispielen können Sie es unterfüttern? Also das Problem ist ja immer ein bisschen, das reproduziert sich ständig. Auch dieser Vorwurf Lamoyanz, Weinherlichkeit und so weiter, ne? Das kommt natürlich immer von Leuten, die noch nie in ihrem Leben eine Position vorgetragen haben, die auch nur ein Millimeter abweicht vom Mainstream. Also die merken sowas natürlich auch nicht. Nolle Neumann hat in den 60er-Jahren schon die öffentliche Meinung definiert als eine Kraft, die man erst dann spürt, wenn sie eben gegeneingerichtet wird. Und wenn man das nie getan hat in seinem Leben, dann merkt man das Problem natürlich auch überhaupt nicht, wenn man immer nur rein nach der Majorität beziehungsweise nach dem Mainstream geht. Es ist aber jetzt schon so, und da gibt es nun so viele Beispiele, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dass man eben schnell, wenn man irgendwo eine Position vertritt, die als nicht mehr akzeptabel gilt, eben stigmatisiert wird. Das fängt auf Twitter an und geht über die sozialen Netzwerke dann zum etablierten Journalismus. Und auch in der Wissenschaft ist das eben so. Und wir haben in dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit einige wenige Fälle gesammelt und auch veröffentlicht auf unserer Website, wo man das auch bei etablierten Kollegen sieht. Es ist aber auch so, man kann immer sagen, Professoren haben es ja in Deutschland gut, haben Beamtenstadios, den kann man eigentlich nichts. Das stimmt einerseits. Aber man muss immer sehen, also die Peergroup sind eben die Kollegen. Und wenn man mal so eine gesamte Peergroup spürt, den Atem von dieser Peergroup im Nacken, ist das nicht so angenehm. Und vor allem geht es ja uns nicht nur um uns selbst sozusagen, sondern auch um die weitere Entwicklung, zum Beispiel um den akademischen Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs hat in der Bundesrepublik Deutschland eben überwiegend eine prekäre Stellung. Das findet jetzt auch Beachtung in der Politik, weil es eben nur Zeitverträge gibt, anders als etwa in Großbritannien. Und dieser Nachwuchs, da ist also unmittelbar immer eine Vernichtungsdrohung, steht im Raume. Und leider ist es jetzt in unserem Fach der Geschichtswissenschaft so, dass dieses Spiel, also diese Aggression gegen einzelne Nachwuchswissenschaftler sogar von der Verbandsspitze mitgetragen wurde, eben der eben erwähnten Frau Kollegin Schlothäuber. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das in einem Berufsverband, dass der gegen eigene Mitglieder aus dem Nachwuchskampagnen fährt. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Und da muss jeder integre Kollege auch etwas zu sagen und darauf hinweisen, meines Erachtens. Ja, das ist bezeichnend. Denn schließlich fährt auch der Penn, der ja für Freiheit des Wortes in jeder Weise eintritt, Kampagnen gegen seine eigenen Mitglieder, wenn sie zum Beispiel AfD-Sympathisanten sind. Das von Ihnen gerade eben angesprochene Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ist ja noch etwas anderes als der von mir gerade erwähnte Appell für freie Debattenräume. Ich weiß gar nicht, was war zuerst. Da war dieser Appell für Debattenräume, der ja stärker auf die Meinungsfreiheit zielt, während unser Netzwerk eben konkret auf die Wissenschaftsfreiheit ausgerichtet ist. Und dieses Netzwerk, wann haben Sie das, Sie sind ja Mitgründer, wann haben Sie das ins Leben gerufen? Wie lange gibt es das? Das hat im Herbst letzten Jahres, haben wir uns eine Kerngruppe von, glaube ich, 18 Kollegen auf Initiative der fabelhaften Migrationsforscherin Sandra Kostner getroffen in Mainz und haben uns da überlegt, uns eben zusammenzuschließen. Und das ist mittlerweile auf 600 Kolleginnen und Kollegen angewachsen, die also eben Wissenschaftler sind und dieses Thema für wichtig halten. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe mir das im Internet angeschaut. Sie veröffentlichen ja die ganze Unterschriftenliste. Man kann da wirklich sehr bedeutende Namen drunter finden. und die meisten, also sehr viele mit Professorentiteln auch versehen. Und da muss man aufpassen, wenn man nämlich Netzwerkwissenschaftsfreiheit.de eingibt, dann landet man bei Ihnen. Aber es gibt eine Konkurrenzveranstaltung, die natürlich listigerweise auch Netzwerkwissenschaftsfreiheit heißt, aber dann hinten mit .org. Und auch die trumpfen auf mit irgendwie 500 plus Unterschriften oder Mitgliedern, wobei mir dann schon aufgefallen ist, auf der einen Seite handelt es sich um Organisationen, also ganz viele Organisationen, die ganz offensichtlich auch staatlich gefördert werden. Und die Gesellschaft für Fahrradforschung darf man nicht vergessen. Ja, tatsächlich. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Und aber auch sehr viele, ich würde mal sagen, Studenten, akademischer Mittelbau. Also ich meine, das ist ja auch, das nehmen wir sportlich und das erinnert so ein bisschen an frühere studentische Kämpfe. Der Punkt ist nur ein bisschen, das ist ja erkennbar, gegründet worden als Gegennetzwerk, wobei wir immer sagen, wir laden jeden zum Dialog ein und zum Austausch. Also man braucht da nicht irgendein Gegennetzwerk zu gründen. Und ich finde es auch immer etwas merkwürdig, wir haben das Anliegen Wissenschaftsfreiheit für alle Wissenschaftler. Und da ist es etwas eigenartig, wenn das auf so viel Antipathie stößt, dieses Vorhaben, was jetzt auch an sich ja eine Selbstverständlichkeit ist. Etwas eigenartig ist bei diesem Gegennetzwerk, von dem man sonst auch nicht viel weiter gehört hat, dass die sich auch auf das Grundgesetz berufen wollen, dort aber von Paragrafen sprechen im Grundgesetz. Die habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht Sie? Das lässt aber noch etwas an der Expertise auch zweifeln. Genau, also der Artikel. Bei uns ist es wirklich so, kann ich sagen, wir sind politisch ganz breit aufgestellt, anders als es man uns manchmal sagen möchte. Also wir haben Vertreter der Grünen dabei, der SPD und Konservative eben auch. Und aus allen Fächern haben wir Zulauf. Und so sollte es auch sein. Weil wir haben also ein sozusagen überparteiliches Anliegen, die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen und zu stärken und uns darüber austauschen und auch Kollegen zur Seite zu springen, die bedrängt werden oder beschnitten werden in diesem Grundrecht. Und das ist es. Also darüber hinaus haben wir keine weitere Agenda. Ja, denn das würde dann wieder den Charakter verändern. Ja, also Sie machen es Ihren Gegnern echt schwer, sie in die Nähe zu neuen Rechten zu rücken. Ja, ich weiß auch immer nicht, wer das eigentlich jetzt genau sein soll. Weil ich weiß immer nur, der Einzige, der sich dazu offensiv bekennt, einer zu sein, ist doch der Herr Kubitschek und seine Frau und ihre Freunde. Aber ich weiß immer nicht, warum man aus dieser doch recht überschaubaren Gruppe dann so einen Popanz immer kreiert und daran dann immer irgendwas misst. Also wir sind jedenfalls ein liberales Netzwerk, was das beschriebene Ziel verfolgt. Und das sind ganz unterschiedliche Kollegen. Und das macht es auch interessant und spannend. Und so soll es auch sein. Und jetzt gibt es ja gegen dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ja genau dieselben Attacken und Einwände, wie wir es jetzt schon bei anderen Beispielen hier ein bisschen vorgeführt haben. Und ich würde Sie bitten, mal noch etwas genauer die Situation zu beschreiben. Warum braucht es dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit? Welche Erfahrungen haben Sie konkret oder in Ihrer Umgebung, welche Waren da zu machen, dass man bedroht, gecancelt oder auch nur darin beschnitten wird, einfach ins Freie zu denken? Also das Ganze kommt ja aus den USA und Großbritannien, diese Cancel Culture, und ist dort also schon viel weiter leider auch fortgeschritten. Also wo wirklich schon Hunderte von Kolleginnen und Kollegen ihren Job verloren haben, weil sie sich einmal versprochen haben oder irgendwas unternommen haben, was nicht gepasst hat der Mehrheit der Fachkollegen. Und das schwappt eben mit der üblichen Verzögerung jetzt auch nach Europa, auf den Kontinent über und auch nach Deutschland und hat noch nicht diese Ausmaße auch erreicht, muss man sagen, wie jetzt etwa in den USA oder Großbritannien. Aber es gibt eben doch schon einige Fälle, wo Leute versucht werden, systematisch fertig zu machen. Sie haben den Namen Jörg Barbarowski vorhin genannt. Das ist eigentlich nur eine kleine trotzkistische Gruppe, die gegen ihn vorgeht. Aber er hat am Anfang noch stärkere Rückendeckungen bekommen. Aber irgendwann ist das dann alarmt. Und es gibt eben das Problem, dass teilweise diese Versuche des Cancelns und der Markierung aus der Wissenschaft selbst auch rauskommen. Also ein Beispiel ist etwa der sehr renommierte Kollege, Althistoriker Egon Fleick, der zu einem wissenschaftlichen Kolloquium, als es schon ein Kolloquium an der Universität Oldenburg eingeladen wurde. Und wo es dann Proteste gab, des Asters und der Fachschaft dort. Und diesen Protesten, also mit dem Ziel, ihn auszuladen wieder, diesen Protesten haben sich dann Kollegen aus dem Geschichtsinstitut, aus der neuesten Geschichte angeschlossen. Auch öffentlich. Und das halte ich schon sehr bedenklich. Man muss aber auch sagen, also Stichwort Lameganz und Wehleidigkeit, dass es dann auch wieder eine Präsidentin dort gab, die die Wissenschaftsfreiheit verteidigt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keinen Zuspruch bekommen würden auch. Und auch das muss man natürlich sagen und dokumentieren. Aber allein, dass solche Versuche kommen aus der Wissenschaft selbst heraus, und da haben wir eben eine Fallsammlung unvollständig auch zusammengestellt, ist schon meines Erachtens sehr, sehr bedenklich. Ja, es ist ja in der Tat nicht ganz unwichtig, wie sich die Universitätsleitungen dann verhalten in solchen Konfrontationsfällen. Ich erinnere mich noch an den Fall des Wirtschaftswissenschaftlers Lucke, der ja seine Vorlesung in Hamburg wieder aufnahm und erst mal wirklich mit roher Gewalt daran gehindert wurde. Und die Universitätsleitung dort aber irgendwie sich wegduckt und sagt, ja, also irgendwie ist das natürlich ein schwieriger Typ, dieser Herr Lucke, und er muss sich selber fragen lassen. Und wenn man solche Formulierungen hört, dann weiß man ja schon, wo es lang geht. Also er bekam keine Deckung. Das ist das Gegenbeispiel. Also da hat wirklich sowohl die Wissenschaftssenatorin als auch das Präsidium sich sehr widdelweich verhalten und nicht einfach klar gesagt, also ein Wissenschaftler hat das Recht und übrigens auch die Pflicht zu lehren und das auch unbedrängt zu tun. Wir haben diesen und andere Fälle auch in die Politik gebracht und wir hatten neulich eine Diskussion Diskussion mit Vertretern aller Fraktionen, die auch noch im Netz auf unserem YouTube-Kanal zu finden ist. Und es ist immer so, dass im Grundsatz die meisten, außer von der Linkspartei, dieses Ziel auch unterstützen, Wissenschaftsfreiheit zu leben und zu vertreten. Aber es kommt dann eben schon auch auf die konkrete Handlung an und es geht eben darum, dass man frei nach Voltaire eben für das Recht der wissenschaftlichen und Meinungsäußerung eintritt, gerade dann, wenn einem die betreffende Meinung oder Position nicht gefällt. Sonst ist das ja keine Kunst, also für die eigene Meinung Partei zu ergreifen. Und das ist ganz wichtig und das ist auch das Ziel unseres Netzwerks und deswegen sind wir auch auf keinem Auge blind und beobachten Einschränkungen von allen möglichen Seiten auch. Das findet man auch dokumentiert. Wie sieht es denn bei Ihnen in Würzburg aus? Wie ist da die Lage? Fühlen Sie sich gut aufgehoben? Ja, also grundsätzlich schon. Ich meine, Würzburg ist jetzt auch nicht abgekoppelt vom Rest der Republik. Und auch hier kommen verschiedene Trends an. Aber grundsätzlich kann man sagen, herrscht natürlich schon noch ein anderes Klima hier, als es mir berichtet wird, etwa aus Berlin jetzt zum Beispiel. Und grundsätzlich, also bei mir ist es auch so, dass natürlich andere Positionen und Meinungen toleriert werden und schon mal gar nicht die politische Ausrichtung einer Person eine Rolle spielt. Ich darf nur mal erwähnen, also ich glaube, es ist vielleicht schon deutlich geworden, dass ich nicht unmittelbar der größte Sympathisant der Jusos bin. Auf der anderen Seite ist mein erstes Summa Cum Laude von mir vergeben wurden an einen Doktoranden, der eben bei den Jusos engagiert ist. Also das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Also das eine hat mit dem anderen eben nichts zu tun. Die wissenschaftliche Leistung hat nichts zu tun mit dem politischen Standort. Aber diese Selbstverständlichkeit muss man vielleicht mal wieder betonen. Sind Sie denn ein großer Sympathisant der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Also ich bin nicht Sympathisant. Ich frage deswegen, ich muss es gleich erklären für die Hörer, weil sie ja eine berühmte Geschichte ist. Sie haben die Geschichte der FAZ geschrieben. Genau, also ich bin grundsätzlich jetzt mal ein Sympathisant der Lebensform und auch der Äußerungsform der Zeitung, anders als Nietzsche, der das ja für den Gipfel der Massenkultur und Verkommenheit das Zeitungszulesen betrachtet hat. Da hat sich auch etwas verschoben, die Maßstäbe. Insofern bin ich, lese ich nach wie vor gerne gute Zeitungen, welches auch immer es sind. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung war und ist natürlich eine sehr spannende Zeitung mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich glaube, so in Gänze das jetzt zu sagen, das würde wahrscheinlich auch die wenigsten Mitarbeiter sagen, dass sie jetzt ein Gesamtfan sind einer Zeitung. Da kommt es ja sehr dann darauf an, auf die einzelnen Journalisten und ihre Stücke, die man gut findet. Also so insgesamt zu sagen, ist ja auch keine Partei, zu sagen, ich bin der Anhänger, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber ich habe mich eben einige Jahre intensiv mit dieser Zeitung in der Forschung beschäftigt. Und das war schon sehr faszinierend. Ja, das war auch ein bisschen pauschal von mir, das gebe ich zu. Und ich habe es auch nur gesagt, um diese Facette von Ihnen zu beleuchten, die ja ein bisschen zusammenhängt auch mit Ihrer Beschäftigung mit dem Kulturbetrieb. Sie interessieren sich für Kulturgeschichte. Sie interessieren sich eben auch für Mediengeschichte. Und mit Nietzsche halte ich es tatsächlich insofern, als ich den Journalismus mittlerweile für den Gipfel der Verkommenheit halte. Und das aus einem ganz einfachen Grund, den wir jetzt im Zusammenhang mit Corona erleben. Denn was da an Einseitigkeit und strikter Nichtinformationen von den Kollegen in den großen Medien geleistet und geliefert wird, das ist ja eigentlich unfassbar. Und da würde mich Ihr historischer Blick auch darauf interessieren. Ich meine, haben Sie den Eindruck, dass Sie überhaupt noch informiert werden? Naja, ich meine, man kann sich ja natürlich sein Informationstableau selbst zusammenstellen, über aus allen möglichen Quellen beziehen. Das Problem ist etwas, dass in Deutschland gibt es eine lange Tradition der Richtungspresse, um es mal neutral zu formulieren. Also die Zeitung, die Massenpresse im 19. Jahrhundert ist stark entstanden als Parteipresse, als Presse einer Parteiung. Jedes sozialmoralische Milieu und jede Partei hatte ihre differenzierte eigene Presse. Dann kam noch die Generalanzeigerpresse auf, die eher unpolitisch sein wollte. Diese Parteipresse gibt es in dem Sinne nicht mehr. Also nicht mehr als relevante Kraft. Gleichwohl hat sich das Selbstverständnis als Missionar doch erhalten bei den Journalisten und ist sogar in den letzten Jahren wieder stärker geworden. Das nennt man dann Haltung. Haltungsjournalismus. Haltungsjournalismus ist eigentlich dasselbe wie Gesinnungsjournalismus, klingt nur besser. Und das Problem ist jetzt nun, wir haben viele kommunikationswissenschaftliche Umfragen, die eben eine ganz starke Dominanz des linken Spektrums im Journalismus uns zeigen. Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, aber es ist eben auch wirklich sozialwissenschaftlich erhärtet, auch immer wieder. Und ein Journalist richtet sich eben doch offenbar nicht am Auditorium, am Publikum aus, sondern an der Peergroup, an anderen Journalisten. Das kann man auch schön auf Twitter beobachten. Journalisten ist vor allem wichtig, wie ihre Stücke bei anderen Journalisten ankommt. Das ist natürlich jetzt etwas pauschalisierend gesagt. Und das verstärkt diesen Bias auch. Und insbesondere in Deutschland, wobei auch andere Länder davon nicht gefeiert sind. Aber das ist ein grundlegendes strukturelles Problem. Das hängt mit der Sozialisation zusammen, mit der Ausbildung von Journalisten, mit dem Rekrutierungspotenzial. Wo kommen die her? Was haben die vorher studiert? Warum sind das nicht Ingenieure geworden zum Beispiel? Und dadurch haben wir natürlich eine Blase. Und diese Blase wird meiner Beobachtung nach doch immer geschlossener, auch wenn sie nicht ganz geschlossen ist. Es gibt natürlich immer Gegenbeispiele auch wieder. Jetzt haben wir den Aspekt der Medien gestreift im Zusammenhang mit Corona. Aber das ist nicht der einzige, obwohl man vielleicht argwöhnen könnte, dass er der Wichtigste oder einer der Wichtigsten ist. Die Treiber der Angst sitzen offensichtlich in den Medienhäusern. Und es gibt natürlich auch andere Fragestellungen wie die, wie ist es möglich, dass ein solcher Grad an Zustimmung zur eigenen Entrechtung doch offensichtlich von vielen Leuten erreicht und geteilt wird. Und gibt es für so etwas historische Analogien? Naja, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, Journalisten sind jetzt eine besonders ragwürdige Gruppe. Also wenn ich mein Eigenstand, also die Professorenschaft, Professor heißt der Bekenner, ansehe, so haben die auch nicht immer eine gute Figur gemacht bis heute. Also bei Politikern, also das weiß ich jetzt immer nicht, also ob da jetzt eine Gruppe besonders problematisch ist. Also Journalisten haben natürlich eine wichtige Funktion, waren früher Gatekeeper, also die sozusagen den Nachrichtenfluss geformt haben und spielen heute natürlich auch immer noch eine sehr wichtige Rolle, gerade durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die acht Milliarden, die er zur Verfügung hat. Also ich sage mal so, ich bin da an sich, was dieses Thema auch Corona betrifft, bin ich relativ neutral. Zum einen, weil ich eben kein Virologe bin, kein Mediziner auch und so weiter. Also ich brauche als interessierter Leier, den es eben wie alle anderen auch betrifft, möchte ich eben gern unterrichtet werden über alle möglichen Aspekte und gehöre da irgendwie keinem Lager an oder auch keiner Seite, auch bei dieser Impfdebatte nicht. Ich bin halt skeptisch bei manchen, also was Impfung von Kindern zum Beispiel betrifft und man hat oft halt den Eindruck, man soll hier geführt werden zu einer bestimmten Urteilsbildung. Ein Beispiel übrigens noch mal, um mal ein anderes nochmal zu nehmen, da kann man unterschiedlich drüber denken. Texas gibt es jetzt eine Verschärfung der Abtreibungsgesetze, also hinsichtlich eines relativ strikten Abtreibungsverbotes ab dem Herrschlag des Kindes. Da kann man, ich weiß auch, dass die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung darüber eine spezifische Meinung hat, aber grundsätzlich möchte man doch von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender wie dem Deutschlandfunk Pro und Contra hören. Also was sagen die Kritiker dieses Gesetzes, was sagen aber auch die Befürworter, also was ist überhaupt der Sinn dahinter. Und ich habe heute Morgen, das ist wirklich nur ein Beispiel, das man uferlos vermehren kann, einen Bericht des Deutschlandfunkes im Radio gehört und es kamen ausschließlich Kritiker dieses Gesetzes zu Wort. Und das kann man doch nicht ernsthaft als Beitrag zur Information verstehen, wenn nicht wenigstens eine Stimme mal erklärt, was mit diesem Gesetz, warum beabsichtigt ist. Das ist jetzt ein sehr heikler Punkt, das weiß ich, also das kann man nur für einige Punkte nehmen und das verstehe ich nicht. Also der Grundsatz sollte doch sein, Audiatur et altra pass. Man muss wirklich beide Stimmen anhören und dann ist der Bürger doch auch in der Lage, sich sein Urteil zu bilden. Und dieses Zutrauen an die Urteilskraft des Bürgers oder auch diese demokratische Debut, möchte ich das sagen, die trifft man doch eher selten. Und ihr Beispiel ist natürlich kein Ausreißer, denn man kann die Öffentlich-Rechtlichen einschalten, wann man will und was die über Ungarn oder Polen oder über Klimaschutz senden, das ist so vorhersehbar und einseitig, wie es eben nur möglich ist. Genau, und dann entsprechend werden dann, wenn doch mal jemand mit einer anderen Meinung ist, wird das dann eher ein Interview als Verhör halt geführt. Und das zeugt auch von einem tiefen Misstrauen gegenüber der Kundschaft, gegenüber den Hörern. und Zuschauern. Dafür gibt es ja uns und ich bin sehr dankbar, dass es so läuft, wie es läuft. Denn je mehr es in die eine Richtung auf deren Seite geht, desto besser geht es uns hier bei Indubio. Aber eine Frage zum Schluss eben doch noch zu der historischen Einordnung dieses Gesamtphänomens Corona. Jetzt nicht nur unter dem Medienaspekt oder dem politischen Aspekt, sondern ich würde mal sagen, psychohistorisch. Ja, ich meine, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, also die meisten Menschen, diese gespaltene Gesellschaft, die Freundschaften, die Familien, alles geht nur um dieses Thema. Wir werden nervenkrank an Corona. Hat es für so etwas irgendwelche historischen Beispiele je gegeben? Also wir hatten ja die Spanische Krippe am Ende des Ersten Weltkrieges, was eine Pandemie auch war, also wirklich kontinentübergreifend. Und wenn man mal so schaut in die Zeitung, also es gab schon... Aber da sind die Leute gestorben in hoher Zahl und man hatte einfach Angst davor. Es war kein Die gegen Jene. Nee, also da gab es eine hohe Todesrate. Die Sache ist nur die, also da gab es auch schon so, es gab ja auch Masken damals und es gab auch Schließungen von Kinos, Lichtspieltheater, Nieses und so weiter. Aber ich glaube, also was man jetzt, wenn man in die Zeitung blickt von damals, das ist ja unsere Quelle dafür, dann war doch der Grat der Aggressivität nicht so ausgeprägt. Also da gab es auch unterschiedliche Milieus und auch unterschiedliche Positionen, wie man damit umgehen sollte. Aber dieser Tonfall, der hatte nicht diese Qualität oder diese negative Qualität, wie ich das heute sehe, im Umgang mit den unterschiedlichen Positionen. Und wie gesagt, ich muss noch mal sagen, also ich bin weder ein sogenannter Corona-Leugner noch ein Impfgegner per se. Also ich bin wirklich da, habe da keine vorgefasste Meinung. Was ich schon auch sehe, ist sozusagen drastische Einschränkungen der Grundrechte, die immer problematisch sind. Und der Stand des Journalismus ist ja eigentlich, weil er selbst betroffen ist, auch sollte da besonders sensibel sein, bei Einschränkungen von Grundrechten. Und wir sollten insgesamt auch da besonders sensibel sein. Und das ist unter ausgeprägt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich kenne auch viele Studenten hier zum Beispiel, die wirklich psychisch am Ende sind. Wenn Sie sich vorstellen, drei Semester am Stück, sehen die die Uni nicht von innen, sind ausschließlich in der Online-Lehre, werden die beschallt, die Leistungen werden schlechter. Und das Jugendliche Leben, das Studentenleben findet gar nicht statt. Und das sind schon auch Dinge, auf die ich gerne hinweisen möchte. Ja, dann nehmen wir das als Schlusswort. Ich bin froh, dass Sie immer noch wohlbehalten da sind. Man hatte vom Lärm her inzwischen den Eindruck, dass die Würzburger Universität gerade abmontiert wird. Also es klang so, nicht ganz. Weder nach Mensa oder nach Großbaustelle. Großbaustelle eher, ja. Genau, auf meine Initiative hin wird die Universität jetzt schwarz-weiß in den Farben von Eintracht Frankfurt gestrichen. Sehr schön. Okay. Lieber Herr Hörers, haben Sie vielen Dank und alles Gute. Gerne, vielen herzlichen Dank. Gerne, vielen herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020